Hallo zusammen, ich bin der Uta. Ich habe hier die Lisa bei mir. Sie stellt sich mal kurz vor. Ja, hallo. Ich bin 24 Jahre alt und ich komme den weiten Weg aus Luxemburg hierher, um ein neues Haarteil zu bekommen. Da Lisa noch nicht ganz sicher war, ob sie kleben möchte oder klipsen möchte, haben wir heute erstmal geklipst oder die Klipse befestigt. Wenn ihr sehen möchtet, wie das am Ende aussieht, dann bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, ihr seht, Lisa sieht super aus. Ich habe bei ihr die Klips eingesetzt. Also man kann individuell spontan entscheiden, ob man doch lieber klipsen oder kleben möchte. Also nicht nervös sein. Man kann immer spontan das umändern, wie Lisa das heute gemacht hat und sie ist mega zufrieden. Und falls ihre Haarsituation sich doch irgendwann mal ändern sollte, kann sie dann doch zum Kleben umsteigen. Falls euch das gefallen hat, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ganz liebe Grüße von Lisa und Thea. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.